Jungs, ich hab wieder einen Maustyker im Bild. Ich kann nicht mehr. Äh, du siehst mir den Game-Loop-Link im Chat. Collateral! Triple! Jungs, ich krieg' meinen Maustyker im Bild. Quad-Feed! Quad-Feed-Sniper! Five-Man! Bin heftig. Alter, noch einer! Machen halt Small-Geschön! Noch einer! Ja! Ja, keine Ahnung, Mann. Weiß ich nicht, ist das eigentlich normal, dass Leute dann auf PC das Game zocken? Ja. Das ist eigentlich Cheaping, oder? Also das ist gewollt, aber von dem Game, oder? Nicht, dass ich mich schlecht fühle. Sonst gäbe es diese Game-Loop-Plattform nicht, weil die ist official von den Herstellern. Ja, dann fühle ich mich nicht schlecht dabei. Ups! Ja, das ist, das ist romisch. Jetzt! 40 zu 4! Nein! 40 zu 4! Seid ihr fertig? Mhm. Ey, wir sind so ekelhaft, ne? Ich weiß nicht, also, ich will nicht irgendwie Ärger bekommen, oder so, ne? Nein, das ist, das ist halt legit, so. Macht jeder. Auch bei PUBG Mobile und alles, das hat jeder gemacht. Das waren gerade unsere ersten Runden in Call of Duty Mobile, und ich muss echt sagen, also es, komischerweise, bockt es ja echt krank. Also, ich habe irgendwo gehört, dass in den ersten Runden, dass es alles Bots als Gegner sind, und dann später, wenn man hochlevelt, dann kommt man in den Lobbys mit halt richtigen Gegnern. Das Video besteht hauptsächlich aus unseren ersten Stunden, das heißt, das sind wahrscheinlich alles Bot-Lobbys, beziehungsweise gegen Ende kamen echte Spieler dazu. Falls es so funktioniert, ich weiß es nicht. Also, ich habe es irgendwo gehört. Die Sache, dass man es am PC spielen kann, ist auf den ersten Blick extrem unfair gegenüber den Handyspielern, weil man natürlich mit der Maus viel besser enden kann. Dieser Launcher am PC ist aber anscheinend wirklich official von den Machern, und das ist gewollt, dass man es auf PC spielen kann alles. Ich weiß nicht so ganz, ob ich davon ein riesen Fan bin, aber es ist echt krass zu sehen, dass so ein Handy-Game irgendwie mehr bockt als die letzten CODs, die rauskamen. Naja, wollte nur kurz was dazu sagen. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim restlichen Video. Wieso warten wir bei uns? Warten die Macher nicht selber das Game, wenn die sowas erlauben? Irgendwie schon ein bisschen. Für alle Leute, die das jetzt so casual am Handy zocken, die werden ja voll weggeballert. Oh, wir spielen gegen Japaner. Raid, Alter, beste Map in the world. ZD Mobile hat noch keine Regionen. Das heißt, alle Spieler global werden in einen Match geworfen. Okay. Und deswegen lag alles. Raids beste Map. Hier bin ich geboren, auf Raid. Da ist hier keiner. Au! Au! Okay, die wehren sich. Oh, der Japaner. Sagt, warum klatsch fünf Leute weg. Haben wir eine Wallbank? Ja. Ich geh grad drauf zu null. Alter! Haptic turn on. Oh, haben wir sich gebät. Collateral. Holy shit. Nice. Ich guck. Das ist COD, Alter. Ich guck vielleicht nur auf die Minimap. Das haben die mir in... Okay, der hat mich gebänkt. Den hole ich jetzt mit dem Messer. Fokos richtig im Land auf 2 fliegen. Ich spiele hier auf der Fokos. Du bist vier, du bist drei. Nein, ich hab verend. Oh mein Gott. Junge, warum verend ich? Ich bin tot. Oh Gott, das sind alle. Komm schon, NoScope. Rette mich. Warum rettest du mich nicht? Okay. Komm immer, wenn ich hier meine Neife schreit mein Typ. Headshot. Headshot. Oh, Alter. No. Oh man. Hä? Wieso war der hinter mir? Ja. Oh mein Gott, das ist wunderbar. Sie dürfen nicht blamen, Jungs. Nein, nein, nein. Mach ich nicht. Es ist nur... Es ist nur Facts. Pürfen. Pürfen. Alter, ich bin... Ja, da sind die gespornen. Shit. Hellstorm, hellstorm, hellstorm. Oh, das ist die falsche. Aber so wenig money für PC-Spieler. Ja. Leider ist hier keiner. Okay, das waren drei. Das ist schruttelnd. Das war das so instig. Das sind trotzdem die besseren PC-Spieler. Oh Gott, der Aim ist es nicht. Alter, das hat gerade in der Hand gehen getan. Alter! Wow! Mein Aim! Was denn? ULV? Ja, ich sehe gar nicht so viele. Alter Killer! Hol ihn dir oben im Fenster! Okay, oder den da unten. Killt nicht so schnell! Ich hab noch ne Hellstorm. Holy shit! Ich! Nein! Tapp twice to boost! Ich glaube ich hab ne VTOL. Ich hab ne VTOL! Oh! Da hab ich meinen ersten Tod eingefangen! Oh! What the fuck is this? Ach nee ey! Was passiert hier Leute? GG! Ja komm, den Rest gönne ich dir. Are you enjoying Call of Duty Mobile? Yes! Ach, ready, ready. Das ist ein normales Battle Royale jetzt? Double! Oh ja man, Black Ops 2! Mucke! Das ist mein Leben! Das ist dein Leben! Hört ihr das? Ja! Beste Musik! Ist das... Sieht halt eins für eins aus wie die Black Ops. Wie ist das denn? Wo sollen wir droppen, Royce? Ah, wir haben auch Folgen. Wir folgen Marvin. Okay, wo sollen wir droppen? Keine Ahnung. Junge, das geht viel zu schnell. Ich droppe jetzt irgendwo einfach. Action! Irgendwie ein Halo-Film. Auf gehts! Ach du Scheiße, sieht das wirklich aus. Das ist einer glaub ich, oder? Ich hab ihn auf die Hand gespürt. Das ist einer! Das ist einer! Jungs! Kill him! Ich hab ihn genockt mit der Bazooka. Loot, 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 loot! Ohhhh! Wo ist denn sein Buddy? Nein! Nein! Er ist down! Okay, ich gebe halt noch ein Buddy! Noch ein Buddy! Er hat eine Barrikade hingestellt! Er ist in Fortnite! Er ist tot! Er bildet, er bildet! Wo sind eigentlich die Sauen? Wieso sind wir noch nicht tot? Jetzt sind wir tot! Ohhhh! Halve Leben weg! Hä? Ich hab nur... Ich hab 6 HP verloren! Alter! Ich kann uns healen! Ich hab halve Leben verloren wegen euch! Seid ihr noch Medic? Nee, keiner von euch ist Medic! In dem Haus da unten? Das ist ein Coin! Der Coin Master! Ach das ist ein Coin! Keine Ahnung wo ihr meinet! Da! Bei dem Hunde-Zeichen da vorne! Fahr doch da hin! Rechts! Siehst du das nicht? Wo? Ach da! Oh mein Gott! I'm legally blind! Oh Junge! Das war ein Fehler! Vorweg, vorweg, vorweg! Junge! Damit hab ich einfach null gerechnet! Nicht, 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 nicht! Digga! Oder sollen wir es mit ihm anlegen? Ich werfe ein paar Stunts auf ihn! Ja, ich hab halt auch nicht viel Munition! Ich hätte mit allem gerechnet, ne? Aber nicht damit! Alter! Direkt besser als Blackout! Ich bin ausgestiegen! Irgendwo hier ist ein Capper gespielt! Da ist einer vor uns! Im Haus glaube ich! Wo? Ich hab ein paar Hits drauf! Ah! Im Fenster noch! Im Fenster noch! Die dead! Oha! Ne, er ist down! Janis! Der andere ist dead! Ich muss ihn töten, weil ich brauche unbedingt Munition! Wo ist denn dieses Gerät? Nein! Ich hab ein hässliches Skaub jetzt drauf! Ich hör Schritte! Jungs! Ich weiß wo! Ich hab halt keine Munition mehr! Ist er down? Waren das alle? Ich glaub ja! Wie hebe ich die Waffe hier auf? Ach da! G! Ah! Ich verstehe! Endlich! Ich hör Steps, oder? Hinter uns! Hinter uns! Hinter uns! Ja, bin erwischt! Alter! Mein Gott! Meine Waffe ist verpackt! Er hält die jetzt schief, wenn ich schießen will! Was ist das? Oh cool! Nein, hier gibt's keine Zip-Line! Oh mein Gott! Von Apex geklaut! Fortnite! Fortnite! Nein! Nee! Kibet, du bist abge- Fug your fug your bones! Mein Chip wurde verbessert! Der ist gestorben! Der ist sofort gestorben! Hier ist ne heftige Sniper drin! Alter! Man kann so gut Sounds in dem Spiel hören! Ich wünsch dir das wär in den richtigen Zildes auch so! Junge, ich kann die richtig gut orten! Und hören! Meinst du, ich kann Kibet Noska oben von hier oben? Wenn ihr ein Auto seht, sagt Bescheid! Digga! Ey, warst du beim Airdrop, Kiblet? Nein, Jungs! Lass uns, bevor wir den letzten Kilometer in den Airdrop gucken! Lass den letzten trollen, Guys! Lass den letzten trollen! Lass den letzten echt mal trocken! Ist das der letzte Guy? Nein! Ich bin- He! Isn't responding! You want to close- Nein, wartet kurz! Er ist hier! Er besser! Ich kann nichts klicken! Wo rennt er hin? Hä? Hä? Er ist im Mario-Shop! Siehst du das? Hilfe! Ich bin back, Leute! Der rennt einfach! Ich no-scopie! Ich no-scopie! Das ist ein Bot, das ist- Jungs, warte! Wo die Zombies kommen! Die Zombies kommen! Das ist der letzte! Hör auf! Das ist ein Bot, oder? Das ist 100% ein Bot! Okay! Guck- Ja, guck mal an, wie der sich bewegt! Ja, lass ihn! Lass mal! Machst du! Ich geh nach oben, und dann mach ich eine Suicide-Trickshot! No-scop! No-scop! Nein! Kommt hier jetzt, ey! Achso! Zeitlupe, Alter! Oh, Mann! Was dem Scheiße! Ja, das war lustig! Das ist jetzt aus! Das war lustig! Sooo, dann geh ich ins Netflix-Code! Mit einem guten Gewissen gleich schlafen! No-er not! Das war natürlich auch nicht.